Hat jemand eine Frage, die an diesem Themenkomplex anknüpft, sonst gehen wir dann zu einer weiteren Frage. Sie hatten sich gemeldet. Ich halte die Spielregeln und da das Steinigen 16-jähriger Mädchen ein Innenpolitisches Problem ist, frage ich nach Außenpolitik und würde gerne ein paar Worte zum Existenzrecht Israels als jüdischer Staat hören. Ich wünsche und will allen Menschen, dass sie ein eigenes und gerechtes Leben führen. Ich bin eine Welt, in der alle, sowohl die Christen, die Juden wie die Muslime im Kriege leben. Wenn man in der Lage ist, dann gibt es niemanden, dass sie das Recht haben. Die Sache ist, dass hier niemand das Recht hat, den anderen sein Recht zu behaupten. Ich sage, dass sie ein Fölzstinien sind, sie kann. Herr, wenn du einen Fölzstinien sagen kannst, dann können Sie einen Fölzstinien bitte. Sie wissen, dass Millionen Menschen von Fölzstinien aus den Haus und den Haus vergründet wurden. Sie wissen bestimmt, dass Millionen von Palastinienzen aus Ihren Häusern vertreiben wurden und dass Sie kein Recht haben, in Ihren Häusern zu holen zu können. Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, dass wir alle, Christen, Juden und Slema und alle anderen, zusammen im Krieg leben. Ich bin der Mitte, 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 dann liegt der Herr und dann hier die Dame.